Musik Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Kurznachrichten der Evangelischen Grundschule in Berlin-Friedrichshagen. Friedrichshagen, der große Möggesee ist der Lieblingssee der Berliner. Das wurde jetzt im Rahmen einer Internetumfrage bekannt. Und 110.000 Nutzer hatten darüber abgestimmt, welcher der rund 2.000 Seen in Deutschland ihr Lieblingssee ist. Es wurden Faktoren wie ökologische Nutzung, Wassersport und Tourismus bewertet. Der Möggesee ist in seiner Gesamtfläche einer der beliebtesten Freizeitseen für Wassersportler. Segeln und Surfen ist über den gesamten See erlaubt. Der See dehnt sich über 7,4 Quadratkilometer aus und ist 8 Meter tief. Zur Abgrenzung von dem mit ihm verbundenen, nur 15 Hektar großen, kleinen Möggesee wird er als großer Möggesee bezeichnet. Der Möggesee gehört zum Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Die Ortsteile Köpenick, Friedrichshagen, Ransdorf und Möggelheim teilen sich den See untereinander auf. Das waren die Kurznachrichten der Evangelischen Grundschule in Berlin-Friedrichshagen. Auf Wiedersehen!